So, alles ist bereit und ich habe hier den Anakin Skywalker ausgewählt, denn ich schalte mal eben die Jedi-Ruhe bei ihm frei. Die ist episch, hat nur 40.000 gekostet und jetzt habe ich sogar noch was übrig und ich habe mir gedacht, mache ich heute mal so ein Doppel... Warte mal. Das haben wir noch gar nicht ausgerüstet. Ja, toll. Hier, komm mal, jetzt ist er sogar mit Ohm Magen hier. Nice. Ähm, Obi-Wan hat natürlich noch ein Aussehen mehr. Ich habe mir gedacht, vielleicht spare ich auf diese Rüstungssachen, die es ja bei Anakin auch gleich bald gibt. Sehr, sehr bald. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich dachte, erstmal die Umhänge und danach dann das hier. Ja, denn die Umhänge passen natürlich zu Episode 3, wo die da durch, äh, diese Schifter laufen. Deswegen kommen die heute auch, ähm, doppelt quasi, weil die halt da so zusammenarbeiten, sage ich erstmal. Und deswegen ist heute dann, ähm, ja, heute ist auch dieses Event mit den vielen Helden. Also, mal gucken, ob das Gameplay dann ein bisschen darunter leiden wird, aber ich werde auf jeden Fall die sofort kriegen, hoffentlich. Und dann, äh, zeige ich halt beide so in einer Folge, ne? Vielleicht blende ich auch ein paar Szenen, äh, ich weiß nicht. Da ist ja Urheberrecht und so, äh, nicht so gut, aber... Naja, mal gucken, ob ich dann dazu noch irgendwas machen kann. Denn, das ist halt das, das Dream-Team quasi, diese beiden. Ähm, ja, bevor Anakin dann ein paar Leute umgebracht hat. Aber gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal auf Takodana, mal gucken, ob das das wird. Und dann mal gucken, wen hell, welchen Helden ich als erstes kriege. Ja, super, auf der dunklen Seite, das ist ja herrlich. Egal, dann, ähm, ich schneide hier erstmal und dann bis gleich. So, das hat nicht lange gedauert und schon habe ich einen Obi-Wan bekommen. Der Anakin war natürlich besetzt, aber, hey, Obi-Wan ist unterwegs. Die nehmen das hier gerade schön ein. Ähm, es laufen unfassbar viele Schurken rum. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hingehen soll. Guck mal, der Anakin ist auch hier. Das Dream-Team ist wieder vereint, sozusagen. Aua, Mist. Schon müssen wir uns zurückziehen. Dann mache ich das lieber schnell, weil... Man kann zwar schnell weder einen Helden nehmen, aber... Man muss jetzt auch nicht absichtlich draufgehen. Ähm, der Modus ist halt ein bisschen schwierig, finde ich. Also, dieses Event, dass die Helden wirklich nur 1000 kosten und... Du wirklich alle, äh, 8, sind es glaube ich 8, ne? Ähm, halt jeden einzelnen nehmen kannst. Es ist egal, wie viele schon im Spiel sind. Äh, weiß nicht, ist ein bisschen schwierig. Weil... Die Helden werden dann quasi so wie Truppler gespielt. Weil 1000 Punkte sind halt nicht so unfassbar viel. Äh, das kommt hier gar nicht mal raus, ey. Da habe ich mir gedacht, gehe ich mal in den Nahkampf mit Darth Vader. Aber da kommt der nächste Schurke schon wieder an. Darf ich erstmal hier außen rum. Und fall den hoffentlich wieder in den Rücken. Wenn das klappt. Aber hier, da... Also sind schon wieder zwei, also... Dann gehe ich mal hier in den Nahkampf. Oh, Mist. Den Bova habe ich nicht erwischt. Den kann man sogar mit... diesem Schub da erwischen. Aber... Ist schwer. Okay, den Truppler habe ich. Aber Mist. Da wurde mir voll in den Rücken geschossen. Das war, glaube ich, der Imperant oder so. Also ist schwierig. Na, ich nehme mal lieber den Angriffs-Truppler. Ich glaube, der ist hier ein bisschen besser. Hallo. Ich nehme ihn mal. Dankeschön. So. Da, wo ich gerade war, da haben die leider auch ein paar Bomben angebracht. Na, habe ich jetzt nicht so gut verteidigt. Ah, da waren noch irgendwie alle Schurken gefehlt. Egal. Hier treffe ich es auch nicht. So. Okay, der ist ein bisschen zu weit weg für meinen Shotgun. Kriege ich den noch? Ja, den habe ich doch bekommen. Habe ich ein bisschen jetzt gejagt, aber... Ah, der ist schon wie ein Schurkel. Sie sind einfach überall. Das ist halt wirklich heftig. Ja, der ist wirklich gegangen. Cool. Ah, mir schleicht irgendjemand. Okay. Die haben wir schon mal erledigt. Die einfachen Truppler gibt es jetzt natürlich auch ein paar weniger. Aber... Wow, der ist voll in die Granate gelaufen. Aber wir haben wieder 2000 Punkte. Ja, eine Künstliche dauerhaft besetzt. Aber der Obi-Wan... Die Runde war ja nichts. Dann mache ich gleich nochmal. Eins haben wir noch, was wir verteidigen müssen. Die kommen relativ gut durch da mit ihren Truppen, aber... Ich weiß nicht, ist schwierig. Bei solchen galaktischen Angriffssachen, bei solchen Zielen. Ja, irgendjemand erfasst mich. Weil da wirklich dann alle Helden auf einem Platz stehen. Und das ist dann... Schwierig, da irgendwas noch einzunehmen oder irgendwelche Bomben anzubringen. Zum Beispiel Naboo oder Kamino. Hatte ich. Da kam ich kaum... Da kamen wir als Team-Dog kaum durch. Okay, den haben wir noch erwischt, aber... Kaum Schaden gemacht. Okay, die Rai hat sehr gut geholfen gerade. Wo ist er hin? Okay, ich kämpfe mich hier irgendwie... Wurstel ich mich hier ein bisschen durch, aber... Es ist einfach unfassbar viel los. Oh, jetzt hat er mir den Kill weggeschnappt. Der war doch fast tot. Das war unfair jetzt. Ja, die Granaten haben richtig bösen Schaden gemacht. Und der Davo, ey, der wirkt mich auch noch meine Güte. Aber vielleicht kann ich jetzt auch mal den Anakin nehmen. Ich meine, das ist ja auch noch nicht die letzte Phase. Das heißt, wenn ich noch ein paar Punkte sammle, dann... Ja, ich weiß, ich bin nicht so gut mit dem Obi-Wan. Mit dem Anakin ist es natürlich ein bisschen leichter. Genau deswegen. Einfach nur reinkloppen, der blockt, aber es hilft ihm nichts. Ist mir ja komisch, ne? Ich spring mal hier rüber. Es gibt einfach keine Fronten oder so. Es laufen überall welche rum. So, schnell in den Schild. Der Imperator ist ja irgendwo. Und hier sind mega viele Schurken. Das ist nicht gut. Wo ist er denn? Oh meine Güte. Er springt hier rum wie sonst was. Alter. Ah, der Griff hatte ich noch erwischt. Das war ein bisschen frech, aber egal. Ach komm, der ist gerade rausgelaufen jetzt, oder was? So, der Boba ist auch schon mal weg, aber die können halt dauerhaft einen neuen Schurken nehmen. Es ist wirklich unfassbar viel los. Und es kriegt mal wirklich jeder einen Helden und einen Schurken. Das ist halt ein bisschen das Gute hier. An diesem Event. Ah, da kommen sie wieder alle. Ja, vier auf einmal. Alter, das war richtig gut. Weil die mich alle angegriffen haben. Die meisten, wenn sie sehen, dass Ende können diesen, äh, diese mittlere Fähigkeit macht, dann wird sofort geblockt oder abgehauen. Mache ich zumindest so. Weil da, äh, hast du schlechte Chancen. Oh, da hab ich ja was schön erwischt. Ah, da fliegen die Granaten hier mir um die Ohren. Was ist das denn hier für ein komischer Schild? Sieht irgendwie lustig aus. Und ich glaube, wir werden das jetzt sogar gewinnen. Aber man sieht schon, mit dem Ende können, es ist relativ einfacher. Sag mal, jetzt reicht's auch. Na, ja, das war klar. Zwei, zwei Lebenspunkte noch. Ich wär so oder so draufgegangen. Aber die Runde ist vorbei. So ein bisschen Obi-Wan und Anakin gezeigt. Ich mach gleich natürlich die nächste Runde, weil... Ja, das war ja nix mit dem Obi-Wan hier. Und ein bisschen zu kurz mit dem Anakin. Also, da hätte ich auch gerne noch eine andere Map. Also, mach ich jetzt, häng ich die nächste Runde gleich noch mit dran. Dann, äh, bis gleich. Tja, jetzt wird man sich wundern, warum hab ich Luke genommen? Ganz einfach, weil Obi-Wan und Anakin besetzt sind. Egal. Ich hab Bock, ähm, hier immer ein bisschen zu spielen. Deswegen will ich jetzt nicht die ganze Zeit warten, bis Obi-Wan oder Anakin frei sind. Ähm, deswegen einfach mal Luke. Na, sieht aber nicht so gut aus für uns. Den haben wir erstmal ein bisschen weggeschleudert von uns. Und erstmal hier rein. Wer ist denn hier? Irgendjemand? Ein paar Helden von uns. Ich geh mal hier lang. Sehr schön, der ist mit Obi-Wan draufgegangen. Das heißt, dass ich den vielleicht gleich nehmen kann. So, geh du erstmal weg. Was zum... Ach, ich war zu lange draußen. Okay. Das war ein bisschen so ein Zweikampf. Den wollte ich gerade haben. Aber egal. Ich nehm mal, äh, den hier nehm ich die ganze Zeit so ein bisschen aufgerade. Der wartet gerade wahrscheinlich, bis seine Fähigkeit wieder aufgeladen ist. Äh, ich mach mal den hier. Und dann... Gut, der ist schon draufgegangen. Und das ist auch nicht Boba Fett gewesen. Ich bin ja gerade ein bisschen durcheinander. So. Hier kommt irgendein Schurkel. Äh, geht da lang. Kann ich den vielleicht... Ja gut, du musst jetzt auch nicht sofort dein Gift da hinschmeißen, wenn dann nur einer sich angreift. Da hat er gerade ein bisschen übertrieben. So, die Helden sind gerade alle besetzt. Äh, das ist irgendwie nicht so gut. Obi-Wan und Anakin wirklich die ganze Zeit. Da hatte ich auf Takodana ein bisschen mehr Glück. So, hier ist ein Schurke. Und der hat uns auch erwischt, der auf dem Maul ist. Den hab ich in der vorherigen Runde, da war ich, ähm, bei der ersten Ordnung unterwegs. Da hab ich ihn auch... auch gespielt und er hat eine sehr, sehr schöne Kill-Serie bekommen. Ich nehm mal den hier. Aber die sind mir ein bisschen viel zu nah, da geh ich lieber wieder... Oh, nö. Kommt man nicht so gut raus. Das ist natürlich kacke jetzt. Ja. 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 Ja, sofort wieder tot. Das ist einfach so ein Schwachsinn, ey. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, cool. Kann ich direkt noch einen Helden nehmen, ne? Dumme A-T-S-T-R. Die heißen wahrscheinlich anders, aber... ...haben genau die gleiche Funktion. Naja. Ja. Natürlich. Ich komm hier nicht mal raus. Was, was ist denn das? Jetzt brauche ich doch wenigstens woanders hin, wo man durch die Gänge durchlaufen kann und nicht in so einer dummen Sackkasse. Yo, jetzt geht's wieder los. Da wollte ich den grad ein bisschen triggern und ärgern. So. Wieder aufgeladen. So. Der feuert jetzt wieder ordentlich hier hin und denkt... ...den hol ich mir, den Helden, aber... ...ist nicht. So. Ist hier hinten irgendeine Tür? Ne, ne? Ah, der Panzer ist so... ...der ärgert da richtig böse. Ja. War wohl leider nix. Aber ich will ja sowieso die hier haben. Dass Anakin mal frei ist, dass ich das noch erleben darf. Naja. Anakin ist unterwegs in seinem schicken Umhang hier. Okay, da ist irgendwo ein Schurker, aber ich seh nicht genau wo. Er ist wahrscheinlich oben. Ach komm. Über die Entfernung, ernsthaft? Ah, jetzt schmeißt er wieder sein Gift hier hin. Ah. So. Kann ich die vielleicht... Ah, vier Helden. Chewbacca. Müssen wir ein bisschen zurückgehen. Und hier diese Frontlinie hier verteidigen. Ja. Ne. Gegen RTS ist verteidigend ist nicht... Ja. Ja. Ist ja gut. So, den Kylo schnapp ich mir jetzt. Der ist aber ziemlich aggressiv reingerannt. Ja, hast du dir so gedacht, ne? Ja klar, der fliegt gegen den Balken. Es ist doch unfassbar, ey. Ja, kommt er wieder zurück. Hat wahrscheinlich wieder diese Starre fertig. Ah, Mist. Ich bin hier ein bisschen, ähm... ziemlich blut positioniert. Oh, Alter. Ich dachte gerade, der Gui ist dann während der R. Da fahren wir nämlich gar nicht hin. Egal. Nur ein bisschen... Nicht mit ganz vollem Leben habe ich es noch rausgeschafft. Keinen einzigen Kill bis jetzt, aber... Ich glaube, ich habe noch keinen normalen Truppler gesehen bis jetzt. Nur RTS-Dix und Hell... Äh, ja. Schurken. Dementsprechend. Ja. Die auf dem Boden sind die ganze Zeit Grafikfehler. Das ist leider ziemlich irre. Wunderlich. Soll ich eher nach vorne gehen mit meinem Anakin, oder? Okay, da hinten will irgendeiner durchbrechen. Wird schon wieder gesniped hier. Ey, das gibt's doch nicht. Na, trifft er unten nicht. Habe ich mir schon gedacht. So, da hinten sind zwei und der Yoda ist ganz alleine. Ist das ein Yoda? Nö, das ist ein Luke. Egal. Grünes Lichtschwert. Na, es sind hier sogar drei. Na, Mist. Nö, ich will leider wieder raus hier. Ciao. Und jetzt habe ich das hier already. Genau darauf habe ich gewartet. Na, ich habe viel zu wenig Leben. Außerdem müssen wir hier auch mal gucken, dass wir das verteidigen. Hier ist nämlich irgendwo einer drinne. Signaturen erfasst. Der Bober ist hier drinne. Ah, ich bin gerade nicht so gut mit dem Anakin. Das ist ein bisschen nervig hier. Guck mal, endlich wieder ein normaler Truppler. Ist ja Wahnsinn. So, den Gui habe ich leider nicht erwischt mit meiner... Ach, der hat das gar nicht angemacht. Nö, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich da gerade was falsch gemacht bei dieser Fähigkeit. So, einen erwischt. Na, der war der Gui. Es ist unfassbar viel los. So viel los, dass man da sehr, sehr schnell den Überblick verliert. Na, nehme ich ihn nochmal. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen besser. Ich habe sogar ein Level abbekommen für ihn, glaube ich. Na, da sind die Schurken. Wenn die bis zu unserem Spawn da hinkommen, dann ist das natürlich doof. Weil dann kommen wir aus diesem Gang dann nicht mehr raus. Ja, muss man immer gucken. Na, da steht die Eiden drin, ne? Aber die ist tot. Gut. Ah, ne, geht das schon wieder los hier. So. Erstmal ein bisschen Überblick verschaffen. Ein paar weghauen. Der ATS, der wird jetzt auf mich, nicht auf mich feuern. Das ist sehr gut. Wir halten hier gerade ein bisschen die Linie. Ah, bobe, ey. Meine Güte. Egal, der Schilde ist sehr gut von Layer, den sie hier hingestellt hat. Ich gehe mal hier auf diese Seite. Vielleicht ist hier ein bisschen... Ja, los. Ja, der ATS ist gerade hochgegangen zum Glück. Oh, der fliegt ganz schön weit. Na, komm, jetzt. Ich hänge fest. Äh, macht leider ziemlich, ziemlich guten Schaden, der da voll da. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Okay, da hinten sind sie. Meine Güte. Ja, ist sehr gut, Duffmoll. Jetzt gehe halt nicht nur auf mich. Ich bin doch extra weggegangen. Ah, ich habe hier komplett den Überblick verloren. Und ich laufe jetzt nur noch rein. Oh, das war schön. Oh, jetzt, bobe, jetzt lass das bitte. Der wird gleich seinen Raketenschauer raushauen und dann werde ich tot. Okay, doch nicht. Gerade nochmal so Schwein gehabt mit dem Anakin. Ah, hier hinten sind schon wieder die nächsten Schurken. Also es ist quasi heldenwissen Schurken. Nur mit ein paar Truppler drin. So, ich frage mich, ob das der gleiche da voll da ist. Der hat sich nämlich ziemlich gut gehalten. So, jetzt hat es endlich mal geklappt. Dass er jemanden erwischt, aber es war ziemlich kurz irgendwie. Verlängerung läuft auch gerade fast ab. Ja, das steckt da ein bisschen fest. Ah, Mist. Das war natürlich der ATSC. Aber die Verlängerung läuft gleich ab. Man, ich will den Obi-Wan auch nochmal spielen. Na gut. Ich sag's einfach schon, er wird ja frei. Ja, gemeinsam. Ah. Nein, lass das. No, komm ihr Fisch. Jetzt bin ich zu dumm reingelaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber zum Glück kann ich alles regenerieren noch. So. Zwei Stück schon erwischt. Das ist für den Obi-Wan... Oh, jetzt sind's drei. Das ist für den Obi-Wan... Also für mich ziemlich viel. Das Spiel ist los. Wir haben mich nicht erwischt mit dieser... komischen Gedankentrickfähigkeit. Aber der hat mich gesehen. Das ist nicht so gut. Okay, ich lauf hier wieder rüber. Fünf Leute stehen drin. Also die Verlängerung wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Sind die selbstbewusst, was? Ah, Mist. Da stand ich wieder so doof drinne und kam noch nicht raus. Aber egal. Ich kann ihn vielleicht nochmal spielen, wenn äh... Ich Glück hab. Jawoll, siehst du mal. Obi-Wan in seiner Jedi-Ruwe. Macht sich auf den Weg, um ein paar... Leute der ersten Ordnung abzubauen. Ja, knallen ist jetzt nicht das richtige Wort. Ah, ich seh nichts, ey. Ich krieg nur Schaden. Das ist nicht so gut. Alter Schwede, der ATS-10. Also ohne diese unfassbar hohe Regeneration von der Gesundheit, wäre ich schon längst tot wieder. Und da hinten steht die Phasma, ey. Mit ihrem Turm und knallt alles ab, was ihr in den Weg kommt. Das ist so... Effizient eigentlich. Ja, ich vergess es. Das ist jetzt der Punkt, wo wir jetzt aus diesem Gang hier gar nicht mehr rauskommen und die das ganz gemütlich einnehmen können. Ja, nee. Nicht so gut. Aber hier in den Gang hier ist vielleicht... Der Obi-Wan ein bisschen... Besser. So, er ist mal ein bisschen sehr weit zurückgezogen und dann... Hallo. Und dann von hier oben so ein bisschen... Gucken, was ist denn hier los. Lichtschützigen und auf in den Kampf. Aber momentan kommt da noch keiner. Ich muss mal gucken, wo positioniere ich mich denn hier am besten. Ich glaube nicht, dass hier so viele lang kommen. Na, da darf ich auch gar nicht mehr rein. So, kommt da gleich einer um die Ecke. Da lief doch einer. Na, warum muss das denn um... Warum muss das denn Boba sein? Der lebt auch schon ewig, glaube ich. Aber ich glaube, dass es der gleiche ist. Ah, Flammentruppler und zwei Schurken. Da habe ich keinen Bock drauf. Nein, da ist ich draufgegangen. Ah, Mann, ey. Der Flammentruppler ist nicht draufgegangen. Das war bitter. Ich nehme natürlich schnell den Offizier, um wieder ein paar Hilden nehmen zu können. Ich glaube nicht, dass ich Obi-Wan oder Anakin nochmal kriege, aber... Naja, ich bin nicht so gut mit dem Obi-Wan. Mit dem Anakin gut zu sein, ist nicht so schwer. Also, wenn das... Ja, vielleicht auch wegen dem Modus sehr mäßiges Gameplay, sag ich mal. Na, super. Ja, da kannst du nix machen. Ja, Kylo einfach unfassbar gute Fähigkeiten gegen Truppler hat. Lass mich spawnen. Ja, mehr oder weniger. Ist mir nicht wieder ganz hinten. Aber... Es ist knapp. Also 32, da könnten die, wenn die jetzt hier raufballern, das mal schaffen. Aber... Tun sie irgendwie nicht. Oh, jetzt... Geht doch nicht nur auf mich. Alter, ich seh nur Explosion und Feuer und... Es ist so krank einfach. Na, das Gift ist hier. Meine Güte. Ja, wir kommen hier nicht mal raus, aber die... Mehr oder weniger auch nicht mehr rein. Also, ich hab den... Habe ich aber gut Schaden gemacht. Da haben wir nur draufgekloppt, wie so ein Wilder. Na, hab ich mir gedacht, dass sie besetzt sind. Oh. Das war ziemlich lucky jetzt. Aber es ist sowieso gleich vorbei. Fragt sich, wer als Gewinner hervorgeht. Das ist ein bisschen... Ja, der ist tot. Einfach mal das da hingehauen. Falls da jemand... Oh, ne, die haben es geschafft. So ein Mist, äh. Die haben das sogar wirklich noch geschafft. Aber ganz, ganz knapp nur. Ah, naja. Auf Chakodana war das ein bisschen lustiger. Egal. Das war das Gameplay von den beiden. Mit Umhängen diesmal. Und dann würde ich sagen... Mal gucken, was als nächstes Special kommt. Ich hab ja erstmal ein bisschen weniger Credits. Aber... Tja, mal gucken, welchen Skin... Ich als nächstes freischalten kann. Und dann würde ich sagen... Bis, äh... Zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Bis dann. 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 Bis dann.